Du hältst das Licht in deinen Händen, denn das Königreich des Glücks befindet sich im eigenen Denken. Es ist entscheidend, dass sich gut ist in Gedankenform, denn auch ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Spirit, find in dir selbst die Macht, das ist ein Geist, der deine Welt erschafft. Aus einem Klopfen Weisheit wird ein Mehr gemacht und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Spirit, find in dir selbst die Macht, das ist ein Geist, der deine Welt erschafft. Aus einem Klopfen Weisheit wird ein Mehr gemacht und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht.